Ein goldener Otto-Sieger kann heute Abend leider nicht bei uns sein, denn er ist sehr beschäftigt in Los Angeles, gerade seine neue Plotte History fertigzustellen. Aber in Gedanken ist er bei euch und deshalb hat er euch eine ganz liebe Videobotschaft zugesagt und die wollen wir uns doch mal kurz angucken. Hallo, Dortmund. Ich bin sorry, dass ich nicht mit Ihnen heute bin, aber ich möchte all of you für die Golden Hall of War und ich hoffe, dass ihr alle sehen. Ich danke dir, dass ihr alles getan habt und ihr Liebe und Unterstützung habt. Vielen Dank. Ich liebe dich. Bye.